Bist du schon da bist? Guten Morgen! Guten Morgen! Ist das schlecht? Na, sind wir gleich unten. Im Wasser. Zabada! 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 Oh, Katharina, der Kirsten, voller Badeurlauber hier. So, jetzt gibt es noch mal ein Barrito. Schauen wir, wie das schmeckt, was es da macht. Was ist da drin? Kondensmilch. Dann brauchen wir ein Schiffchen. Kaffee. Ah, Gelate. Gelate. Was ist denn jetzt? So muss ich nachher kommen. So muss ich nachher kommen. Nachher kommen. Nachher kommen. Nachher kommen. Ich habe ein paar Sachen gehalten hier. Atlantik Cycling. Wo ist es denn? Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, was ich dabei mache. Am Hommeltier. Am Hommeltier. Am Hommeltier. Der Chef noch selbst auflegt. Ja. Guckt der Chef noch selbst an. Da legt der Chef noch selbst an. Das ist toll. Katharina, was ist da? Über rein die Nacken. Ja, das ist eh doch. Ich schaue mal die Welle. Am Hommeltier. Am Hommeltier. Läuft. Okay Katharina. Los geht's. Hä? Oh, Sonne Mio. So. Ich glaube, du warst doch nicht schlecht, wenn du rennst. Trail Update. Trail 10. Richtig. Urgegal. Huch. Pappala. Entschuldigung. Das ist ein Stage. Das hat mir voll gefallen, glaube ich. Mega. Aber da muss man trotzdem aufpassen. Nicht, dass irgendwann ein bisschen zu schnell ist. Und dann harri darri bumm. Ach du. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Scheiße. Gib mir deine Hand. Wo bist du? 1, 2, 3. Ich bin nur hängen geblieben. Wo bist du? Ach du Scheiße. Ein Kratzer im Radl. Schön macht sie das. Ich habe letztes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ah. Ja, noch. 16 Stuhl. Wie ist es? Geil. Jetzt ankommt. Der Herminator. E1 Franz Klammer. Fährt Hermann Mayer. Das muss man anerkennen. Hier der Welt auf und davon. Das ist die Siegeszeit. Wenn sich da nicht... Servus. Ja, wir wollten da jetzt was sägen, ehrlich gesagt. Was ich dich fragen wollte. Mit uns geht doch was. Ich habe noch ein paar gute Jahre. Ja. Immer der Chiller, gell? So kann man jetzt sagen. Also wir hätten jetzt dann geschaut, wie du da runterratterst. Und wir waren schon ganz gespannt. Tja. Aber er leuchtet nicht, oder was? Ja. Nichts für uns, gell? G'sein, Kathy. Ja. Wo ist die Katharina? Karpinyin, Katharina, Kultfest! G'sein? Oh, Kathy. Wow, drop! Hoppala, das war drop! Was ist los? 100, nein, es ist gepuls. Ich will ein Selfie mit mir. Das Laufen, das Katze hinterher. Ja, genau. Auch das, oder? Ja. Was macht er bei den Kommentaren? Ja, ja. Wie gesagt, 10 cm die Beine strecken. Das ist immer noch Hecklastig. Wie ist das? Jetzt klebe ich dich an den Torfrauch. Ey, wir finden deinen Zippel mal am Sattelfest. Wahnsinn. Heck 23. Make it till you make it. Ah, schon wieder Rücklage. Jetzt das haben wir. Ja, ja. Ich habe hier einfach alles anders gemacht. Ahhhh! So geht's. Was macht ihr da? Schon reingesteckt. Da wollt der Bart hier. Wie sind wir denn, Katze? Ja. Die Instagrams. Oh, ja. Da, bret du raus! Super! Gott, String, Katze! String durch dich! Jawoll! Jeeha! Freeride! Jeeha! 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 Cool! Jetzt das neue Bus wurde schon nach La Prima geliefert. Er ist letzte Woche bestellt. Schon da. Ja! Genug Platz. Genug Platz. Genug Platz. Das ist fies. Jetzt ziehen sie ja noch einen Meter. Jawoll! Ja, ja, ja! Stoß, Daniel, raus! Uff! Ja! Ein bisschen Drucki! Nachher fahrt sie ihr! Niemals! Yeah! Das ist die Kurve. Hier ist mein Fabi. Servo ist aus! Wer steht hier? Kannst du tragen! Kannst du tragen? Hey, Schnecke! Kannst du mal ein kleines? Hahaha! Ja! Da hat heute wer Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Danke! Au! Du bist so süß! Bitte hinsetzen! Und in den Geburtstag-Spring! Was ist das? Das war Aronschen-Saufe. Das war Aronschen-Saufe! Das war Aronschen! Nein, das war's nicht! Nein, das war's nicht! Bitte schmecken, Katti! Natürlich haben wir das nicht vergessen. Das ist perfekt. Wow! Wow, tippitoppi Katharina, frühst du heute für die Party heute? Super! Hola! Hola! Oh mein Gott! Wer hat dich? Äh, Kirsten! Hallo, tippitoppi Katharina! Hallo, tippitoppi! Wollen wir mal zeigen? Wir sind gegrüßen, wir grüßen! Patatas, Spritters! Wir sind in Miami, wir sind sick und da! Party in the city where you hear the song All lying on the beach when you make the song Welcome to Miami Me for ma-mi-ami Let me come, let me hear the song All night on the beach till the break is gone I'm going to Miami To Miami Cheers! Auf geht's! Gas, Gas! Nee, geht schon alles! Das ist das wie es ist Fates will never be the same Das ist das wie es ist Oh yeah Das ist das wie es ist Fates will never be the same Ich habe schon mal eine Waldmaus getötet, das war echt doof Eine Waldmaus? Ja, das war eine Waldmaus, sie ist gerade über den Weg gerannt von rechts nach links Und ich sehe sie noch und habe langsam gemacht und die Waldmaus, die war so schnell, die ist quasi seitlich gegen meinen Reifern gelaufen hat sich ein Schädel eingerammt Oh someone is tired Sick Schöne Kurve reingestylt So sick Was sagst, sick serious? Um dir die Falten rauszubegeln reicht das Es ist so, wenn man mit Ü40 Models arbeitet Das heißt doch mein Date von Grand Scout Ich bin nicht nur ein Schädel Ich bin nicht nur ein Schädel 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 Echtige Gefühle Echtige Gefühle Echtige Gefühle Das war echt als Suryus Sick serious Sick serious Sick serious Und jetzt so? Hashtag Hashtags Sick serious Irgendwelche Wünsche, Beschwerden, Anregen und sonstiges? Ich mache Google Bewertungen Du bist der Ja, haben wir Meine Orasche sind von der Walidke Was denn Orasche? Du bist der Du bist der Dusche Sehr gut. War das schön. Zum Anschauen. Es geht nach Hause. Ganz schön laut. Was? Ja, das ist die letzte Minute. Hoppity hoppity hoppity.